Jatara Padmasana ist die Bauchmuskelstärkungsübung aus dem Lotus. Du bist erst in der Rückenlage, hast die Handflächen am Boden, dann kreuzt du die Beine zum Lotus. Und dann gibst du die Knie auf den Boden, Handflächen am Boden und dann gehst du in einer Bewegung, hebst du die Knie und die Hüften und bist dann im Schulterstand. Du hältst die Handflächen am Boden und dann kommst du langsam wieder runter zur Rückenlage. Das ist eine dynamische Übung, du kommst langsam wieder nach unten mit Kontrolle, Knie am Boden und dann wieder die Knie hoch und die Hüften hoch und komme dann mit Kraft der Bauchmuskeln hoch zum Lotus-Schulterstand. Von hier komme wieder zurück zur Lotus-Rückenlage und dann von hier wieder zurück zum Lotus-Schulterstand. Diese Jatara Padmasana Übung hat es in sich. Sie erfordert starke Bauchmuskeln und gewissermaßen auch starke Armmuskeln.